Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema Stimmritzenverschlusslaut. Dieses Video erklärt dir, was der Stimmritzenverschlusslaut ist und zeigt dir verschiedene Aussprachebeispiele. Fangen wir an. Ich sage jetzt die Buchstabenfolge E A E A zuerst ohne Stimmritzenverschlusslaut und dann mit. Hör dir die Aussprache gut an und sprich die Buchstaben nach. Und jetzt spreche ich die Buchstaben mit Stimmritzenverschlusslaut aus. Sprich die Buchstaben wieder nach. Der Stimmritzenverschlusslaut kommt im Deutschen eigentlich vor jedem Vokal am Wortanfang vor. Hier sind drei Beispielsätze. Die Buchstaben, die einen Stimmritzenverschlusslaut haben, sind unterstrichen. Das ist ein altes Ei. Ein alter Mann angelt allein. Wann gehen wir endlich ins Kino? Es gibt aber Wörter, die den Stimmritzenverschlusslaut innerhalb des Wortes haben. Hier sind ein paar Beispiele. Sie beendet das Telefonat. Aufessen. Du musst alles aufessen. Beinhalten. Kuchen beinhaltet viel Zucker. Vereisen. Die Scheibe ist vereist. Und zum Schluss noch ein Wortpaar, bei dem der Stimmritzenverschlusslaut über die Bedeutung entscheidet. Vereisen. Die Scheibe vereist schnell. Verreisen. Er verreist morgen nach Polen. So, das war dann alles zum Thema Stimmritzenverschlusslaut. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. being Nice. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.